Moin Moin, E-Probenhaben Start. Heute haben wir die Brutus besprechen. Besuche fünf Shadow Unterschlüpfe. Ich habe jetzt alle mal reingeknallt. Das erste ist in Pleasant Park. Das ist relativ leicht zu finden. Ihr müsst hier einfach beim Fußballfeld an die Toilette ran und runter gehen. Das war da ganze Zeit schon. Also ihr müsst nicht nur großartig was machen. Hier das nächste ist zwischen Misty und Lazy. Einfach ein Zeuschen da. Das war früher kaputt. Einfach nur reinlaufen. Dann habt ihr diesen Ort auch schon. Das war der Nummer zwei. Dann gehen wir schon mal zum dritten. Das ist Überholi. Einfach auch in das Haus und ihr müsst den Keller runter. Dann habt ihr diesen auch schon geschafft. Das ist wirklich sehr simpel. Der nächste ist bei der Tankstelle neben Frenzy Farm. Das kennt ihr auf der Karte am besten sehen mit der gebogenen Straße. Weil so Straßen gibt es nicht oft. Hier ins Häuschen rein. Dann ist hier die Toilette. Dann seid ihr unten. So einfach geht's. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Jackpot. Dieser ist neben Cracky Clips. Einfach hier in die Station rein. Ihr müsst nicht rundum laufen wie ich jetzt. Ihr müsst einfach eigentlich in den Keller runter gehen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Im Normalfall habt ihr da überall dementsprechend Wachen. Einfach hier reinrennen. Am besten die Kiste gleich schnappen. Oder ihr macht hier den anderen Move. Ihr lauft einfach rundum. Geht ganz gemütlich durch die Türe rein. Wie ich jetzt. Und baut sofort den Boden. Egal ob ihr stirbt oder nicht. Ihr habt das Ding geschafft. In dem Fall tschöne Lüge und danke fürs Zusehen. Und dann geht's.